Hallo, willkommen im Mai. Wir sind hier ein bisschen weiter gekommen. Wir haben nämlich jetzt im Arbeitszimmer Fensterbänker eingebaut. Und zwar ist das ein Fichtenholz. Hier, das ist, die normalen Dielen sind glaube ich aus Kiefer. Hier sind noch die so die Unterlegscheiben. Hier in dem Bereich ist so ein, ist die, ist das Fenster höher eingedichtet. Hier laufen so vier Balken her. Und die Latte hätte ich hier sonst so einen Buckel gemacht. Deswegen haben wir alle Balken einmal ein bisschen aufgefüttert. Und hier sind so, also mit Dachlatten, hier kommt noch so eine vier Zentimeter Blende vor. Und mit so Scheibchen, das haben wir gemacht. Und wir haben an dem Fenster auch die Fensterbank gesetzt. Da ist die Fußleiste komplett bündig vorne. Und das ist praktisch auf Fußleisten-Niveau gemacht. Was haben wir sonst noch gemacht? Ich weiß gar nicht. Hier am Flur kennt man glaube ich schon. Den haben wir beim letzten Mal gemacht. Hier ist das Nähzimmer. Da ist der Pax aufgebaut worden. Ich glaube, das habe ich schon gefilmt. Und ich weiß es gar nicht. Die Lampe hängt. Hinten hängt das Bild. Wir haben die Wand hier grün gestrichen. Das hatte ich glaube ich noch gezeigt. Die Blume habe ich jetzt ganz kurz. Hier hat sich das ein bisschen gehört. Also hier hatten wir die Fensterbank hier schon gebaut. Und da ist es ein bisschen hochgegangen. Das müssen wir nochmal kleben, aber das machen wir jetzt nicht heute. Und wir sind jetzt im Keller dran. Hier sind auch ein bisschen von den Tapeten. Die haben wir in der Zeit noch weggemacht. In ein paar Tagen. Hier bauen wir gleich noch was draus. Da sind glaube ich noch ein paar Silikonfugen dazugekommen. Die anderen Paxe, die haben wir an Freunde gegeben. Die bauen die bei sich auf. Hier ist nichts weiter passiert. Aber wir sind jetzt im Keller. Und zwar machen wir jetzt für die Kellerdeckendämmung noch so einen Kabelkanal. Und zwar ich gehe mal hier rein. Da sind schon Dachlatten. Das sieht jetzt so eierig aus, weil das halt eine Fischei-Kamera ist. Aber hier ist die Latte. Und dann kommt da gleich noch eine hin. Und die USB-Platten, die man oben sah, hier basteln wir dann so einen kleinen Kabelkanal, wo dann hier gegen die Dämmung laufen kann. Das ist das, was wir jetzt machen. Also Kleinvieh, das macht halt immer relativ viel Arbeit. Die Dielen haben wir auch in drei Stunden gerade gemacht. Jetzt machen wir echt nur noch, dass er da wird. Oh. Jetzt machen wir echt nur noch den Kabelkanal da mit USB. Hier haben wir eine Werkstatt rausgebaut. Ist schönes Wetter, aber ist kühler als die letzten Tage. Ja. Hat sich auch ganz angenehm auszuhalten. Nur zum Gartenbuschentag. Sollte nicht, was? Nee. Ist zu windig. Aber gleich gießen wir noch. Heute hat es auch nicht geregnet, ne? Nee. Ja, ich zeig mal meine Kräuter. Der Basilikum hat es nicht überlebt, aber da sind ein paar, die kommen nach. Die Minze. Die sieht ein bisschen mickrig aus, aber die kommt auch. Und die ist schön. Ja. Kapuzinagresse. Und da die Bohne, die ist voll genial. Die Erdbeeren sind durstig, wie man sieht. Ja, die Blätter rollen sich. Und die auch, ja. Die grüßen wir gleich. Ja. Falls man das im Hintergrund hört, da oben in einem der Tothölzer Nistenspechte, die schreien gerade nach ihrer Mutti. Tip, 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 tip. Ja, ich zeig noch kurz das Hochbeetten, dann können wir mit dem Arbeiten anfangen. Jawoll. So, jedenfalls zum Hochbeett gehen, weil da ist ja viel gewachsen in letzter Zeit. So. Hier haben wir die Erdbeeren. Das ist, glaube ich, Kamille dazwischen. Die Pastinaken, wie wir eigentlich da gepflanzt haben, sind auch überall noch zwischen. Dann haben wir hier Zwiebeln in der Reihe. Hier ist auch Zwiebeln, eins und Frühlingszwiebeln, eins und Lauchzwiebeln. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches. Hier ist Mangold. Hier ist eine Zucchini. Die ist neu gepflanzt worden. Die Kartoffeln sind sehr groß geworden. Hier ist ein Zucchini. Hier ist, ich glaube, es wird Kamille, diese großen. Und das sind Auberginen. Die sind riesengroß geworden, die Auberginen. Da freue ich mich schon drauf. Hier ist noch ein Zucchini. Die Tomate. Das und der Kirschbaum. Kirschen werden auch schon rot. Hier. Gut, dann arbeiten wir mal weiter. Es ist Pfingsten. Wir sind im Keller beschäftigt, aber hier sind einige schlafene Katzen. Hier ist der Jizio. Der Boss Walk. Der sich den Sonnenfleck ausgesucht hat. Unser Körbchenrhythmie. Hallo. Schnauf. Jetzt gehe ich eigentlich mein Handy holen. Und dann ist der David da. Hallo. Ich will einmal googeln wegen dem Heizkessel. Wollte einmal zeigen, was wir gemacht haben. Und habe erst mal die Katzen gefüllt. Die Schlafnahe. Die sind voll am Pennen. Wie man sieht schon, das Regal steht hier rum. Hier links ist gestrichen. Wir haben jetzt den also wir sind hier jetzt schon nachmittags und grünen gleich Lachs. Aber da haben wir schon Kellerdeckendämmung drauf gebracht. Das heißt, hier kommt noch was. Jetzt kommt die Platte. Genau, da habe ich schon Mörtel gerührt. und ja, da filmen wir jetzt ein bisschen. So, die Schränke stehen. Der David räumt jetzt ein. Ich mache das die Marinade für den Lachs. Da ist der David. Hallo. Und ich zeige euch mal den Grill kurz. Ja klar. Hier ist unser Zeug, was wir noch einräumen müssen. Ganz viel Chaos aus den Schränken. Modellbau, Kaffinmaschine, Glühbirnen. Aber Blumenerde kommt da nicht rein. Und hier ist gerade der Kamin an. Da kommt dann das Brettchen gleich drauf. Ja, da gehe ich jetzt mal hoch und mache die Soße. Hallo. Willkommen bei einem weiteren Bergfrieden-Video. Wir sind jetzt hier oben im Dachgeschoss und werden einmal den Boden neu machen und das Dachgeschoss dämmen. Gerade sah man Penny in den Balken hochkraxeln. Da sitzt sie. Wir spüren sie jetzt mal. Indem wir hier im Schlafzimmer und dort im Arbeitszimmer erstmal ein bisschen freiräumen. Da ist der David und bringt schon mal USB-Platten hoch. Hallo. Weil wir machen ja im Schlafzimmer den Boden. Da liegen schon vier hast du glaube ich schon. Das ist die fünfte, ne? Das ist ne. Das ist die vierte. Das ist die vierte, glaube ich. Okay. Ja, die sind relativ schwer, weil das sind 2,5 cm USB-Platten. Die wollen wir, weil das ja die tragende Ebene wird. Die wiegen, glaube ich, nur so um die 15 kg. Aber 15 kg auf diese Breite gehen halt in die Arme und sind relativ unhandlich das enge Treppenhaus hoch. Ja, aber gut, dass das die Einwandplatten auch sind. Und das Treppenhaus ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, das untere Treppenhaus da geht das relativ geschmeidig, ne? Ja, schwieriger wird es hier hoch. Und, ähm, ja, äh, man reduziert das Knarzen auch so ein bisschen. Zweite Variante, die auch das Knarzen, äh, reduziert, ist, man macht eine Ausgleichsschüttung, genau, hier auf den Dielenboden und macht da eine schwimmende Verlegung mit den OSB beziehungsweise mit einem Trockenästrich. Da hätten wir halt, glaube ich, schon einen guten Zentimeter insgesamt nur an Ebenenbegradung gefunden. Genau. Das Ganze tut es auch, weil sie sind wahrscheinlich zwei bis drei Zentimeter noch mal draufgekommen. Ja. Und das wollen wir vermeiden. Ja, weil, äh, David stößt sich hier schon fast den Kopf. Das Sachgeschoss ist relativ hoch, wenn man jetzt mal guckt, hier oben. Also, hier, das reicht. Hier würden die drei Zentimeter nicht stören, aber ich mag hier nicht höher bauen. Ja, und, was auch noch kommt, wie machen wir, ne, die Treppe ist gesetzt. Die Treppe ist der Punkt. Was ist, äh, Stimmt, und so kommen wir ziemlich genau an der Treppe aus jetzt. Du kommst an der Treppe raus, weil sonst hast du da noch mal so eine fünf Zentimeter Stufe. Im Badezimmer unten haben wir fünf Zentimeter nämlich gemacht noch. Da haben wir ja bewusst den Trockenästrich gemacht, weil wir ja nicht auf die, also, weil wir da, äh, den Boden verlegt. Aber hier, ähm, das Dachgeschoss. Wir verlegen jetzt einfach hier erstmal OSB. Da kommt dann Laminat noch drauf. Der ist ja auch nicht dick. Der Penny ist ja immer noch am Grimbeln, ne. Die mag das nicht, dass wir in ihrem Stockwerk rumfuhrwerken, glaube ich. Ja, aber es wird ja schön hier. Soll ich dir noch einen schönen Kratzbaum aus der Stadt mitbringen für hier oben? Jetzt nicht mal gucken, was ich da finde. Einen Pennybaum. Ah ja, guck, schon ist sie zufriedener. Ja. Einfach ein kleines Geschenk für die Miets und schon wird's besser. Wir haben ja noch ein Geruchsprojekt, da weiß auch noch niemand, was von Instagram und von YouTube Bescheid. Das kommt nämlich hier an diese Wand dran. Das ist was für die Katzen. Ja. Das hatten wir schon in der Wohnung, das Projekt. Das wollten wir schon in der Wohnung machen, aber hier... Machen wir das Platz ging es nicht und jetzt können wir es dann alsbald umsetzen. Hier wird das richtig mega. Booyah. Da haben wir auch schon ein bisschen Material. Wahrscheinlich. Ich denke. Also nicht alles, aber ein bisschen haben wir schon. Aber erst wird der Boden gemacht. Jawohl. Dann machen wir mal weiter. Du bringst hoch, ich reiß Dielen raus. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.